Willkommen zu einer neuen Folge Life Life 2 Episode 1 So und sie ladet glaube ich nach. Oh meine Lampe geht aus So ähm Hallo? Ja Gehen wir mal weiter Feuer! Feuer! Genau Oh Boah stirbt doch So Komm schon klar So wir müssen wahrscheinlich nach oben Ich kann besser ziehen wenn du sie umschließt Goh Ja ja ich hab nichts wisseres vor Tante soll mal mitkommen So Hm? Hm? Ich glaub ich muss das aufzählen Boah Wie soll ich hier arbeiten? Ich töte sie Boah Geht nicht Ach ich bin auch so ein Schlaukopf Habe ich mich vorhin drauf bekommen Äh letzten Folge Einfach die Löcher hier zu blockieren Boah Aus dem Weg Boah So So Gut Das passt schon eher Ach was mach ich Mein movement ist scheiße Oh Oh So So Jetzt kann ich die Tür schon Aufmachen in Ruhe Ohne dass ich immer hier gekillt werde So So Jetzt kann ich die Tür schon Das schon mal positiv Und raste ein, raste ein, raste ein Raste ein So Jetzt eigentlich hier entlang Ich frage ich mich gerade Ich frage ich mich gerade Ne das nur So So Dingerns Äh Was macht die Tante jetzt? Ich geh jetzt einfach weiter, auch ohne sie. Da scheint ein Monster zu sein und ein Zombie. Wasser und elektrisches Leuchten, Zucken ist immer schlecht. Okay. Hallo, zuckst du eine Granate? Nein. Oh. Ja. Nein. Dunkel hier. Oh, die Map kenne ich. Daran kann ich mich erinnern, wie ich das einmal durchgespielt habe, vor ein paar Jahren. Das Problem ist, der Lift ist laut. Und laute Sachen im Monster anziehen. Das gibt's doch nicht. Achso, ich muss so. Ich hab ein paar Mal mit Elektrik gearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass an diesem Feuer hier ist. Ich hab schon das Gefühl, wenn das Licht hier angeht, muss es alles noch dunkler. so. Könnte ein kleiner Grafik-Bug zu sein. Ja. Ja. Kleiner Hänger. So. Oh, das meine ich. Wow. So. Wir überleben das auf jeden Fall. Hoffe ich es zumindest. Oh, diese Viecher. Oh, was war das? Ah, ein Lift. Hilfe! Er ist da. Los geht's. Nichts wie raus. Puh. Das war knapp. Ja. Sehr knapp sogar. Oh, verdammt. Loll. Ich hoffe es ist draußen noch hell. So. Ich würde mal sagen wie es draußen aussieht. Sehen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich mal bis dahin. Tschau.